Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Eventuell können wir ja gemeinsam was dazu beitragen, Wrath of the Lich King Classic ein klein wenig in die richtige Richtung zu schubsen. Der Dungeon Browser kommt, wie auch schon in unserem ersten Wrath of the Lich King Ankündigungsvideo beschrieben, nicht ins Spiel. Allerdings wird immer wieder betont, dass das Ganze noch nicht final ist und auf Feedback der Community eingegangen wird. Sie können sich zudem vorstellen, dass sie den sich momentan schon in The Burning Crusade befindlichen Dungeon Browser weiter aufbauen werden. Was das Ganze genau zu bedeuten hat, sei mal noch dahingestellt. Vielleicht eine Art Dungeon Browser Lite, der nur auf dem eigenen Server sucht und keinen Port gewährt. Eventuell aber auch nur eine optische Anpassung. Vergesst allgemein nicht, dass der Dungeon Finder damals erst mit dem Eisgrund-Cetatellen-Patch, also 3.3.0 ins Spiel kam. Das waren ca. 13 Monate nach Erscheinen der Erweiterung. Eventuell besteht auch noch die Möglichkeit, dass diese einfach zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt wird. Zudem finden wir das Argument von Blizzard, dass der Dungeon Finder das Klassik-Spielgefühl killt, etwas fraglich. Dann dürfte es nämlich auch kein Level 70 Boost geben und es müsste was gegen die ganzen Level Booster gemacht werden. Das killt nämlich mindestens genauso das Spielgefühl. Der Dungeon Finder hat unbestritten dazu beigetragen, die Welt unbelebter zu machen. Allerdings könnte man in diesem Fall eine super Alternative finden, indem man im ersten Schritt die Server zusammenlegt, den Port zur Instanz rausnimmt und das ganze System nur als Server intern durchführt. Wir bleiben aber hier für euch dran und berichten in zukünftigen Videos. Mit dem Pre-Patch kommt auch der Todesritter. Dieser ist unabhängig von einem weiteren Level 55er Charakter auf dem Server erstellbar. Wäre er allerdings auch witzlos, da man das ganze System einfach mit dem Level 70er Boost umgehen könnte. Weiterhin wurde hier bekannt, dass der Pre-Patch mindestens 2 Wochen und höchstens 6 Wochen andauern wird. Unserer Meinung nach waren die 2 Wochen Pre-Patch von Classic zu TBC deutlich zu wenig. Hier würden wir uns mindestens 4 Wochen wünschen. Genau in dieser Zeit lernt man seine Klasse neu kennen, auch wenn natürlich noch nicht alle Fähigkeiten und Talentpunkte vorhanden sind. Viele nutzen den Pre-Patch auch, um für sich selbst rauszufinden, welche Klasse sie spielen möchten. Phase 1 oder auch der Tier 7 Content rund um Naxxramas wird nicht verändert oder verstärkt. Viele der Spieler hatten sich gewünscht, dass etwas an der Schwierigkeitsstraue gedreht wird, da Naxxramas zu den leichtesten Raids in der kompletten World of Warcraft Geschichte zählt. Mit den Achievements und den 3 Drachen Hard Mode bei Sartarion hat man zumindest immer noch etwas zu tun. Außerdem hat Brian Birmingham betont, dass die erste Phase aus Wrath of the Lich King nicht ewig andauern wird. Ulduar wird hier auf jeden Fall den Spaßlevel nochmal deutlich nach oben schrauben. Die Entwickler können sich vorstellen, dass es komplett neue Server mit Wrath of the Lich King geben könnte. Sie sind sich dem Ganzen aber noch ungewiss und müssen sich noch deutlich mehr Gedanken dazu machen. Wir persönlich glauben ja nicht dran, da das das jetzige Ungleichgewicht der Server noch weiter auseinander bringen würde. Wobei natürlich viele Serverökonomien extrem aus dem Ruder gelaufen sind und ein allgemeiner Reset vermutlich gut tun würde. Unsere Chars, die es seit Tag 1 Klassik gibt, möchten wir aber trotzdem nicht missen. Soll der Dual Spec uneingeschränkt zum Start kommen? Wir dachten eigentlich, dass die Frage reine Vorensache ist. Anscheinend ist sich Blizzard aber da doch nicht ganz so sicher. Zumindest nicht dabei, wie sie ihn genau rausbringen möchten. Er soll zwar sehr wahrscheinlich direkt zum Start verfügbar sein, allerdings Einschränkungen aufweisen. Mögliche Einschränkungen wären zum Beispiel, dass man diesen nur in der Hauptstadt aktivieren könnte, spezielle Mudds dafür benötigt oder diesen sogar erst auf Level 80 aktivieren kann. Zuletzt genannte Beispiel wäre allerdings eine Art Themaverfehlung, da man ja genau beim Level den Vorteil des Dual Skill Bombs genießen möchte. Das Spiel und vor allem die Klassenbalance wird im Patchstand 3.3.5 kommen, also der letzte Patch, der in Wrath of the Lich King erschienen ist. Dadurch sind einige Dinge, wie zum Beispiel die Anpassung des Todesritters oder weitere wichtige Klassenänderungen im Spiel. Das Ganze gilt allerdings nicht für alle Features und Systeme. Hier ist der Dungeonfinder ein gutes Beispiel, wo wir auch direkt zum nächsten Punkt kommen. In Wrath of the Lich King hattet ihr ab Patch 3.3.0 die Möglichkeit, als weitere Plünderoption neben Bedarf und Gear auf Entzaubern zu klicken. Das hat allerdings nur funktioniert, wenn ein Verzauberer mit in der Gruppe war. Wenn demnach niemand Bedarf gedrückt hat, habt ihr die Möglichkeit, dass ihr das Item gewinnt, dieses allerdings im Vorfeld entzaubert wird und direkt zerkleinert bei euch in der Tasche landet. Dieses System soll allerdings nicht ins Spiel kommen. Laut Blizzard gab es dieses Feature nur, da man mit anderen Spielern von anderen Servern durch den Dungeonfinder nicht handeln konnte und somit ein System benötigt hat, um das Ganze zu automatisieren. Wenn wir uns jetzt aber mal ehrlich sind, wäre dieses System ein absolutes Quality of Life Feature gewesen, welches definitiv niemandem wehgetan und in keinster Weise der Atmosphäre und dem Spielgefühl geschädigt hätte. Es wird keine accountweiten Achievements geben, ihr müsst diese demnach pro Charakter freispielen. Ehrlich gesagt hatten wir das aber auch nicht anders erwartet, da das Feature sowieso erst in einem späteren Addon hinzugefügt wurde. Blizzard macht sich viele Gedanken rund um das Thema der unausgeglichenen Server, betont allerdings auch, dass sie momentan noch keine wirkliche Lösung dafür haben und es allgemein schwer ist, allen Leuten es recht zu machen. Hierzu gibt es aber zum heutigen Stand keine konkrete Aussage, sodass man weiterhin nur hoffen kann, dass sie das Problem angehen und nicht einfach weiter ignorieren. Für 1000 Winter gibt es natürlich ein ähnliches Problem. Wie soll eine PvP-Zone in der offenen Welt funktionieren, wenn der Server komplett unausgeglichen ist? Das leitet eher zu Frust, da die unterbesetzte Fraktion keine bis wenige Chancen hat, jemals den Raid und die anderen Vorteile in Anspruch zu nehmen. Hier muss Blizzard unbedingt eine vernünftige Lösung finden, eventuell mit Layering zu anderen Servern oder im Vorfeld dem Zusammenlegen von Rams. Sollte hier aber nichts passieren, wird das auf lange Sicht extrem dem Spiel schaden. Wer sich schon etwas mit den Berufen in Wrath of the Lich King auseinandergesetzt hat, der weiß, dass der Ingenieur einer der stärksten Berufe im PvE sowie im PvP ist. Brian Birmingham hat in einem Interview allerdings betont, dass sie das Ganze bis jetzt noch nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Sollte es allerdings zu ähnlichen Problemen wie mit dem Trommeln in The Burning Crusade kommen, dann wird sich hierfür auf jeden Fall eine Lösung finden. Die Entwickler sind sich noch nicht wirklich sicher, wie es nach Wrath of the Lich King weitergehen kann und wird. Sie warten hierbei auf jeden Fall das Feedback der Community ab. Ein Cataclysm ohne dem Looking for Raid Tool und anderen Features können sie sich aber vorstellen. Vielleicht erscheint ja aber auch eine Art Classic Plus. Da es diverse Stellenausschreibungen bei Blizzard gibt, welche in solch eine Richtung hindeuten könnten, wäre es zumindest nicht ausgeschlossen. Wie das Ganze dann aussehen würde, sei mal noch dahingestellt. Wie im Ankündigungsvideo von Wrath of the Lich King schon beschrieben, wird es diverse neue Optionen beim Friseur geben, um das Aussehen eures Charakters zu verändern. Im damaligen Wrath of the Lich King war das Ganze noch sehr eingeschränkt. Diesmal wird es sogar möglich sein, das Geschlecht eures Charakters zu ändern. So könnt ihr ganz einfach eine Geschlechtsumwandlung im Barbershop eures Vertrauens vornehmen und das sogar für Ingame Gold. Brian Birmingham schreibt zudem auf Twitter, dass ihnen bewusst ist, dass das Mage-Boosting in Dungeons ein Problem darstellt. Sie überlegen, ob sie die eingeführten Änderungen aus Season of Mastery auch in Wrath of the Lich King importieren wollen. Dort ist es so, dass Spieler deutlich weniger Erfahrung halten, wenn ein anderer Spieler mit höherem Level in derselben Gruppe ist. Dadurch lohnt sich das Mage-Boosten nicht mehr wirklich. Es wird keine Rassen- und Fraktionsänderungen geben. Weder gegen Echtgeld, noch gegen Ingame-Währung. Wer hier schon drauf gewartet hat, endlich seinen Twink zu anderen Fraktionen wechseln zu können oder die Rasse zu ändern, wird hier enttäuscht werden. Die Lich King Beta scheint deutlich näher zu sein, als wir uns dachten. Im letzten Battle.net-Update sind folgende Zeilen aufgetaucht. Ein ähnliches Update gab es damals schon bei The Burning Crusade und keine vier Wochen später gab es die Beta. Wer sich hierfür anmelden möchte, findet den Link unten in der Beschreibung. Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren beiden Kanalmitgliedern. Vielen Dank für den Support, wirklich. Wenn euch das wieder gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video.